Die Erholung am amerikanischen Aktienmarkt nach scharfer Talfahrt hat nicht lange gedauert. Anleger gingen vor dem Wochenende lieber auf Nummer sicher. Über der Marke von 22.000 Punkten, die der Dow Jones Industrial nur zeitweise zurückeroberte, konnte sich der US-Leitindex am Ende nicht halten. Mit einem Abschlag von 4,06 Prozent auf 21.636,78 Punkte beendete der Dow Jones den Freitag. Auf Wochensicht bedeutete das immer noch ein Plus von knapp 13 Prozent und damit den größten Zuwachs seit 1938. Die Berg- und Talfahrt weckt Erinnerungen an die Finanzmarktkrise.